Hallo und herzlich willkommen zum Kurs Kommunalrecht. In dieser Lektion geht es um den Aufbau des Freistaats Bayern. Dabei wird zwischen Kommunalbehörden und Staatsbehörden unterschieden. Die Kommunalbehörden sind die Organe der Kommunen. Kommunen sind Gebietskörperschaften, weil sie einen räumlich abgegrenzten Teil umfassen. Die Gemeinde stellt die kleinste Einheit der Gebietskörperschaft dar. Die Gemeindeordnung unterscheidet zwischen verschiedenen Arten von Gemeinden. In Artikel 5 Absatz 1 GO steht, die Gemeinden sind kreisangehörig oder kreisfrei. Die kreisfreien Gemeinden zeichnen sich dadurch aus, dass sie besonders leistungsstark und deswegen nicht in einen Landkreis eingegliedert sind. In Artikel 5 AGO ist die große Kreisstadt geregelt. Gemäß Absatz 1 können kreisfreie Gemeinden aus Gründen des öffentlichen Wohls durch Rechtsverordnung der Staatsregierung mit Zustimmung des Landtags auf ihren Antrag oder von Amtsweg nach Anhörung der Gemeinde in einen Landkreis eingegliedert werden. Gemäß Absatz 3 wird die bisher kreisfreie Gemeinde dann eine große Kreisstadt. Die große Kreisstadt ist aufgrund der Eingliederung in den Landkreis also ein Sonderfall der kreisangehörigen Gemeinde. Sie war ursprünglich eine kreisfreie Stadt. Die Eingliederung in den Landkreis hat stattgefunden, da diese Städte zu schwach waren, um alle Aufgaben zu erfüllen. Allerdings sind die großen Kreisstädte leistungsstärker als normale kreisangehörige Gemeinden, weshalb ihr Sonderbefugnisse zustehen. Auf diese werde ich später noch genauer eingehen. Zuletzt gibt es noch gemeindefreie Gebiete gemäß Artikel 10 AGO. Diese sind in Bayern vollständig unbewohnt und spielen deshalb rechtlich keine größere Rolle. Wie bereits gesagt, sind kreisfreie Gemeinden kein Teil eines Landkreises. Ein Landkreis besteht somit nur aus gemeindefreien Gebieten und aus kreisangehörigen Gemeinden, was auch die großen Kreisstädte umfasst. Die Aufgaben der Gemeinden ergeben sich aus Artikel 6 GO. Den Gemeinden steht in ihrem Gebiet die Erfüllung aller öffentlichen Aufgaben zu, Ausnahme bedürfen eines Gesetzes. Die Gemeindeaufgaben sind eigene oder übertragene Angelegenheiten. Es wird also zwischen einem eigenen und einem übertragenen Wirkungskreis unterschieden. Der eigene Wirkungskreis ist in Artikel 7 GO geregelt. Der eigene Wirkungskreis der Gemeinden umfasst alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft, Artikel 83 Absatz 1 der Verfassung. In Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises handeln die Gemeinden nach eigenem Ermessen. Sie sind nur an die gesetzlichen Vorschriften gebunden. Der übertragene Wirkungskreis ist in Artikel 8 GO normiert. In Absatz 1 steht, der übertragene Wirkungskreis der Gemeinden umfasst alle Angelegenheiten, die das Gesetz den Gemeinden zur Besorgung namens des Staates oder anderer Körperschaften des öffentlichen Rechts zuweist. Gemäß Absatz 2 können den Gemeinden Weisungen erteilt werden. Nach Absatz 3 kann insbesondere kreisfreien Gemeinden die selbstständige Erledigung überlassen werden. Die Artikel 7 und 8 GO beziehen sich auf alle drei Gemeindearten. In Artikel 9 GO werden Sonderregeln für die kreisfreie Gemeinde und die große Kreisstadt aufgestellt. Absatz 1 nimmt Bezug auf die kreisfreie Gemeinde. Die kreisfreie Gemeinde erfüllt im übertragenen Wirkungskreis alle Aufgaben, die sonst vom Landratsamt als der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde wahrzunehmen sind. Sie ist insoweit Kreisverwaltungsbehörde. Sie erfüllt ferner die den Landkreisen obliegenden Aufgaben des eigenen und des übertragenen Wirkungskreises. Gemäß Artikel 9 Absatz 1 Satz 1 GO nimmt die kreisfreie Gemeinde also auch Staatsaufgaben wahr. Das wird durch das Wort Kreisverwaltungsbehörde ersichtlich. Diese Aufgabe wird normalerweise vom Landratsamt ausgeführt. Allerdings hat eine kreisfreie Gemeinde im Gegensatz zur kreisangehörigen Gemeinde kein Landratsamt, da sie ja gerade keinem Landkreis angehört. Das führt außerdem dazu, dass die kreisfreien Städte gemäß Artikel 9 Absatz 1 Satz 2 GO auch die Aufgaben des eigenen und übertragenen Wirkungskreises erfüllen, die eigentlich dem Landkreis obliegen. Die Artikel 5 und 6 Landkreisordnung entsprechen den Artikel 7 und 8 GO auf Landkreisebene. In Artikel 9 Absatz 2 GO werden die bereits erwähnten Sonderaufgaben der großen Kreisstädte geregelt. Die große Kreisstadt erfüllt im übertragenen Wirkungskreis Aufgaben, die sonst vom Landratsamt als der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde wahrzunehmen sind, in dem Umfang, der durch Rechtsverordnung der Staatsregierung allgemein bestimmt wird. Sie ist insoweit Kreisverwaltungsbehörde. In der Rechtsverordnung nach Artikel 5a Absatz 1 oder in einer Rechtsverordnung des Staatsministeriums des Innern für Bau und Verkehr können ihr weitere Aufgaben der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde und auf Antrag mit Zustimmung des Kreistags auch einzelne Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises der Landkreise übertragen werden. Gemäß Artikel 9 Absatz 2 Satz 1 GO wird also auch die große Kreisstadt als Kreisverwaltungsbehörde tätig. Mit der Rechtsverordnung ist die Verordnung über Aufgaben der großen Kreisstädte gemeint. Dort ist insbesondere Paragraf 1 Absatz 1 Nummer 1 relevant. Demzufolge übernehmen große Kreisstädte Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde im Sinne des Artikel 53 Absatz 1 Beivo. Gemäß Artikel 9 Absatz 2 Satz 2 GO können an der großen Kreisstadt weitere Aufgaben übertragen werden. Ein Beispiel hierfür ist Paragraf 5 der Zuständigkeitsverordnung im Bauwesen. Demzufolge werden bestimmten Städten Aufgaben im Sinne des Artikel 53 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bzw. Nummer 2 Beivo übertragen. Nachdem wir jetzt gesehen haben, welche Arten von Gemeinden es gibt und welche Aufgaben diese jeweils übernehmen, können wir uns den weiteren Kommunen widmen. Die nächst höhere Kommune nach der Gemeinde ist der Landkreis. Dieser besteht wie gesagt aus gemeindefreien Gebieten und aus kreisangehörigen Gemeinden, was auch die großen Kreisstädte umfasst. Die Landkreise wiederum bilden zusammen mit den kreisfreien Städten die Bezirke. Der Freistaat Bayern besteht aus den folgenden sieben Bezirken. Oberbayern, Niederbayern, Oberpfalz, Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken und Schwaben. Dadurch, dass die Kommunalbehörden selbstständig Aufgaben durchführen, ist eine Kontrolle erforderlich. Das wird gemäß Artikel 83 Absatz 4 und 6 BV dadurch gewährleistet, dass die Kommunen der Aufsicht der Staatsbehörden unterliegen. Die Staatsbehörden teilen sich in die Staatsregierung, die Regierung und die unteren staatlichen Verwaltungsbehörden auf. In der Praxis handeln die Staatsministerien für die Staatsregierung. Die Staatsbehörden stehen gemäß Artikel 55 Nummer 5 BV in einem Hierarchieverhältnis. Abschließend möchte ich noch auf die Besonderheit des Landratsamtes hinweisen. Diesem kommt gemäß Artikel 37 Absatz 1 Landkreisordnung eine Doppelfunktion zu. Dort steht, das Landratsamt ist Kreisbehörde. Soweit es rein staatlicher Aufgaben, insbesondere die staatliche Aufsicht über die kreisangehörigen Gemeinden und über sonstige Körperschaften, Stiftungen und Anstalten des öffentlichen Rechts wahrnimmt, ist es Staatsbehörde. Das Landratsamt agiert also zum einen gemäß Absatz 1 Satz 1 als Kreisbehörde und somit als Kommunalbehörde und zum anderen gemäß Absatz 1 Satz 2 als Kreisverwaltungsbehörde und damit als Staatsbehörde. Das hat Auswirkungen auf die Passivlegatimation gemäß § 78 Absatz 1 Nummer 1 VWGO. Denn immer wenn eine Kommunalbehörde handelt, ist die entsprechende Kommune zu verklagen, dass sie ihr eigener Rechtsträger ist. Wenn dagegen eine Staatsbehörde handelt, ist der Freistaat Bayern als Rechtsträger dieser Behörde zu verklagen. Deshalb ist beim Landratsamt genau zu differenzieren, in welcher Funktion es tätig geworden ist. Kommen wir nun zur Zusammenfassung. Der Freistaat Bayern teilt sich räumlich in Bezirke, Landkreise und Gemeinden auf. Dabei handelt es sich um Gebietskörperschaften. Die Gemeinden werden gemäß Artikel 5 GO wiederum in kreisfreie und kreisangehörige Gemeinden aufgeteilt. Große Kreisstädte im Sinne des Artikel 5 A GO sind kreisangehörige Gemeinden mit besonderen Aufgaben. Außerdem existieren gemäß Artikel 10 A GO gemeindefreie Gebiete. Der Aufgabenbereich der Gemeinden ergibt sich aus Artikel 6 GO. Demzufolge sind Gemeindeaufgaben Aufgaben des eigenen Wirkungskreises gemäß Artikel 7 GO und des übertragenen Wirkungskreises gemäß Artikel 8 GO. Die große Kreisstadt und die kreisfreie Gemeinde werden darüber hinaus im übertragenen Wirkungskreis gemäß Artikel 9 Absatz 2 Satz 1 GO in Verbindung mit § 1 der Verordnung über Aufgaben der großen Kreisstädte bzw. gemäß Artikel 9 Absatz 1 Satz 1 GO als Kreisverwaltungsbehörde tätig. Die kreisfreie Gemeinde übernimmt zusätzlich gemäß Artikel 9 Absatz 1 Satz 2 GO Aufgaben des Landkreises als Kreisbehörde. Gemäß Artikel 9 Absatz 2 Satz 2 GO besteht die eingeschränkende Möglichkeit, dass die große Kreisstadt Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises oder weitere Aufgaben als Kreisverwaltungsbehörde übernimmt. Die Unterscheidung zwischen Kreisbehörde und Kreisverwaltungsbehörde ist vor allem beim Landratsamt relevant, da dieses gemäß Artikel 37 Landkreisordnung eine Doppelnatur aufweist. Soweit das Landratsamt als Kreisbehörde tätig ist, ist der Landkreis der Rechtsträger. Soweit es als Kreisverwaltungsbehörde agiert, ist der Freistaat Bayern der Rechtsträger. Generell gilt, dass die Kommunen immer ihre eigenen Rechtsträger sind, während bei den Staatsbehörden der Freistaat Bayern der Rechtsträger ist. Das führt dazu, dass die Kommunen auch dann zu verklagen sind, wenn die Kommunalbehörden Staatsaufgaben übernehmen. Auf Staatsebene existieren die Staatsministerien, die Regierungen und die unteren staatlichen Verwaltungsbehörden. Diese stehen gemäß Artikel 55 Nummer 5 BV in einem Hierarchieverhältnis. Die Staatsbehörden haben gemäß Artikel 83 Absätze 4 und 6 BV die Aussicht über die Gemeinden und Gemeindeverbände. Das war die Lektion Aufbau des Freistaats Bayern. Ich hoffe euch hat das Video gefallen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.